Am 6. Spieltag der Basketball Champions League kommt es in der Brose Arena zum Duell Brose-Bamberg gegen Paris Thierry Wynn Masters. Nach der Niederlage in der Bundesliga will Brose zumindest in der BCL die Siegesserie aufrechterhalten und den vierten Erfolg nacheinander. Mit dem Team aus dem Athener Forward kommt dabei allerdings eine sehr erfahrene Mannschaft nach Oberfranken und mit Sicherheit keine Laufkundschaft, wie auch Head Coach Ruhlmors erklärt. Das ist genau das gleiche als ein anderer Spieler. Bei einem neuen Spieler vorbereitet man natürlich auch für ihre Spieler, natürlich. Jetzt gibt es ein Mann, Moses Kingsley, auf ihrem Team, die jetzt 9 Rebounds pro Spiel gewinnen. Ihr könnt ihn aus Antwerp kennen, oder? Ja, natürlich. Ich habe ihn zwei Jahre lang, ich habe ihn aus der Schule rekrutiert. Er ist ein sehr, sehr talentöser Spieler. Der Problem in Antwerp war, dass wir zwei Jahre in Antwerp sind, aber für mich ist er sehr talentöser. Er ist jetzt auch ein guter Spieler. Also, du bist nicht überrascht, dass er 9 Rebounds pro Spiel gewinnen? Nein, ich denke, wenn du das richtig anmerkst, in den Präsidionen für die Champions League habe ich ihn als einer der Überraschungen in unserer Gruppe gestellt. Ich habe ihn nicht überrascht. Ich habe ihn gesehen, als er in Antwerp war, dass er sehr gut in Antwerp gespielt hat. Und er macht das gerade jetzt. Dann vorbereiten wir für die Opponenten in generell. Sie sind in der 2. und in der Grieke League. Also, sie sind, wie wir sind, 3-2 in der Champions League. Wie hart ein Opponent ist Paris-Terry? Und also, wie wichtig ist das Spiel gerade jetzt? First of all, es ist ein sehr hartes Team, ein sehr erforschtes Team. Sie haben drei oder vier Leute, die 35 Jahre alt sind und sie haben auf einem hohen Level seit vielen, vielen Jahren gespielt. Sie wissen, wie sie spielen. Sie sind sehr solid defensiv. Sie haben die beste Defensive in der Grieke League. Ich denke, sie sind die Nummer 9 in der Champions League. Es ist also ein sehr hartes Team. Und ich denke, dass wir alle vergessen, dass die zwei schwierige Läser hatten, um die Champions League-Kampagne zu starten. Ich denke, dass unser Gruppe ziemlich leicht ist. Ich denke, dass die Serie zwischen uns und Paris-Terry sehr wichtig ist. Obwohl das Duell der beiden Teams zum ersten Mal stattfindet, ist es für einige Akteure dennoch ein Wiedersehen mit alten Bekannten. Trey McLean trifft auf seinen alten Teamkollegen Yannick Moreira, Chris Senkfelder auf den ebenfalls ehemaligen Braunschweiger Brian Blake, Elias Harris auf seinen College-Kollegen Stephen Gray und Head Coach Jules Morse auf dem bereits genannten Moses Kingsley. Für Center Assem Marey gibt es zwar kein Wiedersehen, dafür will der Ägypter die Niederlage vom Wochenende schnellstmöglich vergessen machen und konzentriert sich dabei vor allem auf die eigenen Stärken. Nach einer Win-Streak geht man jetzt mit einer Loss. Ist es für dich eine Unterschiede, wenn du ein Spiel nach einer Loss oder einer Win-Streak gehst? Wir kommen zurück in die Lagerung und schauen, was wir falsch gemacht haben. Die Trainer sagen uns natürlich, was wir zuerst machen müssen. Das ist also ein bisschen anders. Man kann das gleiche machen, besonders nach einer Loss, wie du gesagt hast. Wir haben eine andere Richtung, mehr Intensität. Wir wissen genau, was wir falsch gemacht haben. Wir haben damit gearbeitet. Du hast noch Paris-Terry hier, nach drei Wins in der Champions League. Ist es eine menschliche Veränderung, die du mit BCL und BBL-Games flippst? Ich glaube nicht, dass es eine große Veränderung ist. Wir spielen unser Spiel. Wir machen, was wir machen wollen. Wir fokussieren nicht so viel auf unsere Gegner. Aber natürlich machen wir Videos, damit wir kennen uns alle Team, die wir spielen. Aber es gibt keine große Veränderung zwischen der Champions League und der Bundesliga. Das ist unser Spiel. Wir verbessern jedes Spiel und das ist es. Du sprachst über die Videos, die du schaust. Es gibt auch viele schwierige Komponenten für die großen Manns. Zum Beispiel Moses Kingsley, der auf dem Moment anzieht 9 rebounds. Welche Gegner werden dir auf dich kommen? Wie gesagt, wir spielen unser Spiel. Wir studieren Video, Personal und alles. Es ist natürlich ein Team-Sport. Wir machen einen besseren Job. Wir machen jedes Spiel. Wir machen unsere physische Presence. Ich denke, wir sind ein ziemlich physisch. Wir sind ein ziemlich großartiges Team. Ich denke, wir können das, was unser Weg kommt. Spielbeginn gegen Peristeri ist um 20 Uhr. Wir freuen uns besonders auf den Sponsor of the Day, CineStar, und hoffen auf einen kinoreifen Sieg unserer Mannschaft. Zu sehen gibt es das Spiel wie immer live und exklusiv bei der Zone. Alle Kurzentschlossenen erhalten aber auch noch an der Abendkasse und unter tickets.rosebarnberg.de ihre Eintrittskarte. In Paris Benutert ан